Herzlich Willkommen zurück zu Mario Smash Football. Wir machen weiter mit dem Superstern-Pokal. Acht Teams, 14 Runden mit Tabelle. Erstplatzierter gewinnt den Pokal. Und mit zwei Minuten Profi bestätigen. So, die hier heben wir uns noch bis zum Schluss auf. Wen nehm' er denn? Ja, wen nehm' er? Nehm' er Mario. Hat mal schon ein paar Mal, aber... Ein Sieg. Oder zum Träumen, oder? Daisy, DK, Waluigi, Wario, Peach, Geheimteam, Yoshi. Geheimteam ist jetzt wohl immer dabei. Wir haben ewig viele Runden. Unterweltarena. Könnt's sein, dass ich dieses Mal das erste Mal splitte. Warum sag ich mir das eigentlich schon? Ich weiß, was will ich sowieso nicht tun. Und... Und... Ah... Und so fängt Bruce natürlich wieder ganz schlecht an für uns. Hm. Ah, komm. Haben wir nicht. Mario. Mario. Ganz knapp noch so abgespielt gehabt. Und jetzt... Der muss, der muss, der muss, der muss. Bestimmt, berührt, grün, jawohl. Perfekt. 2-1. Und Ball. Und nicht mehr Ball. Und jetzt wieder Ball. Und... Traumpass. Das war jetzt mal ein super Schuss. Genau im richtigen Moment. Einmal das so machen. Wie immer. Ja. Ich hab schon die Empfindlichkeit so runtergeschraubt von dem Ding. Ich weiß nicht, warum es immer noch nicht knapp ist. So. Nein. Nein. Und jetzt ab. Ab. Lass den Ball bei mir. Gut, Mario. Nein, du werfst jetzt... Ah, das war mir klar, weil ich vor dem lauf. Hier stehen wir schon wieder aus. Und entschieden. Ah, nein. Ach, komm, jetzt hätte ich den auch umrutschen können. So, Items sind... Oh, krass. Jawohl. Und mein Controller vibriert wie verrückt. Es wird ein super Traumtor. Diesmal aber mit Keeper. Jawohl. Und damit... Sollten wir das gewonnen haben. Ja. Da geht jetzt eigentlich nichts mehr. Einmal noch reinhauen und nein, geht nicht. 4-2, Mario sieg. Gut. Super. Erstmal wieder auf Platz 1. Mario! Und weiter geht's mit Barrio, unserem Bowser-Arena. Unser Bowser-Arena, nein. Wie soll man sagen? Unser böser Double. Ah, nein, nicht schon wieder. Ah, Gott sei Dank. Nein! Ach, komm, ich hasse diese Rickserei, die er automatisch macht, weil mein Controller irgendwie nicht macht. Ah, Postenport, super. Birdo, Birdo, äh, beste. Beste Birdo. Und dann dazu kommt noch Zielführer Mario. Ah, jetzt macht der mir wirklich... Ja, ich... Bowser, du würdest ja auch mal helfen können, oder? Haha, jawohl. Ah, nein. Jetzt hinterher mit dem Ding. Ah, Mann. Weiß nicht, was eigentlich die starken Panzer bringen. Ist auch kein anderer Effekt dabei, oder? Das weiß... Kommis! Ich werde dir über jeden Kommentar dankbar. Und jede Antwort natürlich. Warum kriege ich eigentlich nie eine Grätsche hin, die dann den Ball holt? Ah. Oh, komm mal gleich wieder... Einmal so. Ein... Ah. Sag nicht, dass die Bananen nichts gewirkt haben. Ist zwar umgefallen. Ah. Ich soll schon zu Mario passen. Nie nach hinten. Aber... Wir gewinnen wohl anscheinend... Ey. Nicht schon wieder. Jawohl. 1-0 gegen Mario. Perfekt gemacht. Perfekt. Zweiter Sieg in Folge. Aber da sind wir nicht die einzigen. Gegen Peach. Mario. Gratter Arena. Gegen Platz 2. Jetzt entscheidet sich, wer vorne bleibt. Von uns beiden. Oh. Einmal... Ach komm, warum nehme ich eigentlich nie den Ball bei der Grätsche? Ah, komm, 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 komm. Der war, der war, der war, der war, der war, der war. Perfekt. Ich kann mit Mario viel besser spielen. Ich weiß es nicht. Haben sie ihn extra overpowered, weil das Spiel ja eigentlich nach ihm benannt ist. Glaub ich so mal. Ach komm. Hä? Wie umgeflogen, weil der hat mir auf mich draufgeflogen ist, oder was? Warum spiele ich eigentlich immer dahin, wo alles voll ist? Nicht denn immer den falschen. jetzt auch mal auch man jetzt macht er wieder den trick ich weiß nicht kann leider nichts dafür ich kann das für mich tut mir echt leid aber ach so jetzt hör mal mit dieser scheiße einmal so ein gegner erledigt meinen eigenen erwischt jetzt aber perfekt Tor Tor von Mario Mario geht in Führung Tor für Mario einmal noch schießen nochmal alles drauf damit wir Ball auf jeden Fall bekommen und nochmal Schuss und jawoll Mario siegt 3 zu 2 ich weiß nicht heute ist Adrenalinschub ich bin so motiviert ich bin so motiviert dieses Spiel zu spielen ja er zieht die Pokal Tore Pokalspiel Tore 150 wir haben den Silberpreis schon die 300 werden wir glaube ich nicht mehr knacken Sanitäterpreis Rätschen im Pokalspiel 1011 whoops goldener Preis riesen Power Up freigeschaltet oh oh ihr habt also noch nicht alles gesehen Mario vs. Geheim Team egal ob wir verlieren oder gewinnen wir bleiben auf Platz 1 es sind alle auf 6 Punkte krasser Scheiß aber sieht richtig gut aus und erstmal wenn wir Mario Power Tennis anfangen genau so blind jetzt aber Batsch der war drin geiler Schuss und damit liegen wir schon in der Entführung aber irgendwie ratzt es schon wieder ich hoffe das hört man nicht auch noch im Mikro mein Headset mein Kopfhörer machen es wohl anscheinend die Spinner oh 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 einmal so den Ball ab den Luchsen nein und jetzt schießen ja warum kriege ich eigentlich nur Beschleunigungs Power Up alle umgenietet ich weiß nicht hab ich nicht drauf geachtet oh je naja weiß ich jetzt glaube ich wenn man im zweiten im grünen ist dann hat man auf jeden Fall ein Tor leider kein richtiges wenn man in beiden grün ist ein super Tor mit Torhüter ähm ähm wenn man mit beiden im Gelb äh ist wird äh haltet er zwar aber der Keeper wird dann ein bisschen getäubt wenn man in einem Gelb ist hält er den Ball und wenn man gar nichts trifft dann kriegt man den Ball um die Ohren jetzt schlägt es mal wieder schlecht aus wir sind eigentlich der Ton jetzt hin ist einfach verschwunden und nicht schon wieder so tanzen Birdo Nein 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 Ach verdammt 2-1 in sein erstes Spiel verloren irgendwie langsam regt mich diese die in die Luft gehen diese komischen Dinger sehe ich jetzt gerade auf ich muss da mal ein bisschen draufhämmern den Controller vielleicht habt ihr es gehört Mario Mann 999 66 333 meine Güte gegen L'Valuigi und auf geht's perfekt im Tor ich glaube ich kann sogar lenken während den Traumschüssen weil irgendwie schießt er immer dahin wo ich in dem Moment hin denke einmal dich so auch der wird drin gewesen habt ihr das wieder gesehen ich weiß nicht wie das im Nachfolger geregelt ist ich hoffe natürlich besser oder können wir allgemein Schüsse platzieren ich meine bewegt dich ja nicht während dem Ausholen aber langsam geht mich die Tanzerei langsam wirklich auf den Keks nein wir müssen hier durch wir müssen hier das schaffen ah diese Tanzerei nein 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 komm 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 boah ja es war mir klar wenn er von hinten kommt unter mir eine weg jetzt nimm ihn doch ach schade damit verlieren wir auch dieses Spiel wie sieht es mit der Tabelle aus bleib mal in greifbarer Nähe ok greifbarer Nähe ja 999 hm machen wir mal weiter ziemlich gute gefaltete Tabelle Bowser Arena gegen Donkey Kong die K55 da 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 und jetzt ganz drauf aufer und wieder habe ich Kroll ich nehme Headset ich nutze jetzt endlich mal im ich steile das mikro kaufen zu weihnachten wahrscheinlich ein offenes geheimnis vielleicht auch nicht noch nein zwei auf ein jetzt kommt dieser scheiß panzer ja komm 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 der war der war jawohl immer ganz genau auf der linie von grün zu gelb einfach mal so ein kleines so muss man auch mal machen ja genau alles was er trifft ist meiner ah ich glaub die stachis jetzt weiß ich die gehen nicht kaputt alter mann die stachis gehen nicht kaputt wenn sie jemanden treffen ja ok die großen Panzer auch nicht das gibt es doch nicht jetzt trifft er aber wirklich alles was jetzt mit dem keeper los haben die den bestochen oder was nicht schöner tanzen jetzt geh doch mal in andere richtungen und tanzen nicht ja jetzt ist zu spät er hat die ganze zeit in andere richtungen spiel ja diese tanzerei diese ausweicherei oder was es sein soll ja und damit holen uns die ersten ein die wir spielen gegen daisy naja ich weiß nie was es mit dem kongo kongarino gebt er ah gott Wie sich Mario einfach wieder nach hinten versteckt. Es gibt's doch nicht. Es steht genau wieder einer davor. Ah, Füte ist bad. Oh nein. Komm schon. Ich bin jetzt so drauf konzentriert. Ich sag kein Wort mehr. Jawohl. So. 2-2. Wieder ausgeglichen. Ah, das ist gut dazwischen. Ah, ihr wollt doch abschießen. Nein, nein, nein. Alle Pässe und Zoo gehen einfach rein. Warum laufst du eigentlich immer durchs größte Getümmel, Mario? Jawohl. Weil er hatte ja gar nichts zu suchen. Mario muss so Schüsse machen. Das kann er nur, wenn er im Freien ist. Erstmal weg. Ja, komm. Nein. Das gibt's doch nicht. Nein. Nein. 4-4. Was ist das für ein Spiel? Oh nein. 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 Ach, komm, jetzt rennst du mir davon, diese Scheiß-Bürde. Dieser Scheiß-Bürde. Je nachdem, wie man's nennen soll, aber es ist eine Sie, würde ich behaupten. Und wie schnell wir nach unten kommen. Wir sind wohl noch in greifbarer Nähe zu der Erden. Und deswegen schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Mario Smash Football. Super Sternenpokal. Teil 2. Ja. Deswegen sage ich jetzt, wenn euch der Pad gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Kommentiert. Und teilt es mit eurem Freund, wenn ihr wollt. Und dann sage ich bis dann und ciao. Ciao. Ciao.